du kannst dir schon mal ein bisschen stone besorgen bitte ganz normalen stone ja glatten stein wieso kann ich nicht fliegen also deswegen scheiß doch geht doch warum bist du jetzt hier unten drin eigentlich sprach wollte kommst du oben nicht mehr zurecht das material was ich benutzen wollte kriege ich so nicht es sei denn ich habe so eine doofe perle offensichtlich ach so wie viele normalen stein brauche ich eigentlich nur einen na super okay habe ich was soll ich machen damit dann gehen wir mal bei mir ins haus in den keller ist auch einer so keller keller noch tiefer oder was ich opfer mal ein bisschen blut in den altar ja das sollte blaze auch tun ein bisschen blut für seinen samsung in den marken muss nicht kurz warten ich habe meine gesundheit klingt hier sehr böses weh machen ist auch ach so aber es ist für den guten zweck das werde ich jetzt schon oder was ist das da die nimmt es jetzt raus genau oder warte kurz na ja praktisch normal rein muss ich auch hier so wahnsinnige massen an rohstoffen wie du einen trust me chain hast noch nicht ganz aber es wird es langsam hast du gesagt 20k holz oder 12k die quarry läuft ja langsam auch richtig gut an du hast noch ein opferdolch oder was gibt mir den opfer euch auch blut ja dann können wir das samsung opfern neben stellen woanders hingucken und rechts klicken jetzt werde ich das ganze rausnehmen ja das ist das erste slate was du brauchst so dann brauchen wir noch einen ich hol mal oder du bist schneller hol mal ein emerald wieso bin ich schneller nein hol mal einen diamanten ist er besser als ein emerald ja bringen wir beides mit mal gucken welche du brauchst die hast du direkt dabei gehabt ja aber emerald brauchen wir trotzdem ok weil du ja gleich du kannst gleich den zweiten orb bauen das ist sinnvoller hoch ihr fliegt ja auch und so naja ich fliege schon ja das können doch nicht alle ich hab den rothal so ein bisschen mutieren lassen ja ich hab ne holzrüstung an ja schmeiß mal dann die da rein da rein hat den geno verpasst ja ja müssen es töten ist es batman und wieso habt ihr nicht schon alle gene wir haben den gene mit dem race ist nicht so schnell ich wundere mich die ganze zeit gerade dass ich leben verliere ich hab diese blöde slate noch angehabt hier hups wieso man muss doch nur dem dem rothal jetzt das blut abnehmen und dann äh selbst zufüllen per spritzer ich mach hier blood magic nicht ähm gib mir nicht obf ich obf auch noch achso ich obf auch noch ein kleiner schwarz magier ja nochmal der blaze ist der der die genetik macht ja ja blood magic ist sehr witzig eigentlich aber wenn blaze dir die gene verpasst hat dann hat er die auch noch ne dann hat er die noch in der spritze dann zentrifugiert er die und wörter buchstaben aneinander gereist dann dreht die so ein bisschen so fertig kann ich rausnehmen oder was jetzt kanns man rausnehmen genau und dann und dann und jetzt und jetzt gangen uns alle die spritze rein das ist jetzt die zweite stufe dann werden wir alle zu junkies ja ja ist doch alles okay der das slate ist nur zum basteln das ist quasi so eine kohle klar abhängig vor allem das ist das schlimmste dabei ja kann ich noch ne dosis rada gib mir gib mir gib mir gib mir ich opf auch noch dann messen wir ihn alle auf geht das dann schneller wenn du anstehen ja ja ist schon klar blaze mach das mal bitte oh nee dann muss ich wieder handschuhe anziehen und alles wenn ich das bei rada mach ja gut jeder muss opfer bringen boah ich glaube ich fange in dieser folge einfach mal mit der blood magic alchemie an das wäre noch noch geiler echt interessant ja so acht mal region potion in einer portion ist schon nice vor allem wenn es dann region 4 ist und du quasi damit das gleiche hast wie mit dem blöden goldapfel fertig so was mache ich jetzt das sind jetzt die beiden schon mal du musst jetzt beide eigentlich binden das heißt beide jeweils einmal rechts klicken aua nicht sagen können dass es weh tut einmal nur ja ich hab nur einmal rechtsklick wo weiß ich dass der an mir gebunden ist jetzt kannst du ins inventar gehen und rüber gucken und da steht current owner aha und die anderen auch ja ja ok ja ok damit hast du jetzt quasi die beiden an dich gebunden hast die ersten lebenspunkte in deinem blut system jetzt brauchen wir zwei slates und zwar einmal slates ja habt ihr hier auch dinosaurier übrigens was was ob ihr hier auch dinosaurier nein ist nicht ist nicht drin ich glaube das hat die boys schon verstanden äh du hast noch einen stein dabei oder was war so ein stein die wollte es nicht verstehen normalen stein ne du hast nur einen gesagt ja ich hab glaube ich noch einen in der kiste ja hol mal einen die sind echt voll nützlich dinos bin da bin noch gott das wäre ja echt schlimm habe ich natürlich nicht ich hoch und drüber gestalten ja ne dinos äh dann haben wir hier noch irgendwelche meteore die einschlagen oh gott und dann kommt der master of meteorit und dann kommt noch die lava und dann werden wir alle sterben oh nein kann übrigens mit blood magic in der höchsten stufe einen meteoriten beschwören der ist äh 20 mal 20 und hat nur hochwertige erze mhm ja her damit der schlägt allerdings auch übelst in den Boden ja ich sag wo der einsteigt sag ich schon aber äh das macht halt ein echtes Loch ja ähm stone und leggy 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 mit löchern kennen wir uns aus geil ich hab ne riesige gurkenhand die ich esse eigentlich wollte ich den spruch zuerst bringen aber da rother ihn jetzt selber ich dachte ja bevor ich diesen spruch brachte ne der ist echt ein bisschen ne der ist zu sexistisch und dann sagt rother einfach ich auch okay gut den kennst du doch jetzt schon ne weile oder nicht ja sehr geil du bist abgehauen ich komm jetzt wieder ich hab nur eben ins Bett gelegt damit hier nacht vorbei geht ich bin schwer da so ist der ja naja macht jetzt auch nichts mehr hallo brauchst du noch blut oder was ne der dich ich glaube das reicht ja kannst du rausnehmen ja ich muss den Leerrand haben ja muss den Leerrand und du solltest dich beeilen bevor du dich in die nächste Stufe vorhörter habe ich jetzt okay so jetzt brauchst du zwei Slates und zwar einmal das Siegel of the Green Grove wie mach ich das denn das ist die 17293 also muss ich das mit Sachen aus dem hä was willst du jetzt von mir ja dann musst du Sachen zusammen craften aber dafür brauchst du halt den Blut auch okay 17 203 293 293 293 293 okay ja ja okay ist einfach denk ich mal und dann brauchst du noch ähm was ist das grüne da ein Appliance Blood Orb ok den hab ich doch oder ja du hast du hast den Blood Orb das ist ja genau das was du auf jeden Fall brauchst setz die Linger in Schilf achso und du brauchst hier ist fast alles dabei no beinah sogar richtig nein das Kontrollslate ich überleg nur grad wie das heißt das musst du doch schon haben oder nicht ja ja Divination Seajo ist das wo ist denn der wo ist denn der ne hm 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 ah Wanda hi ich hab dich mit der großen dicken Gurke geschlagen hehehehe oh ja alles klar ich möchte bitte ein A kaufen aah es waren aber jetzt mehrere aus das kostet was das war das war mein hier mein A meine A's kosten mich nicht war das ein gedehntes A ja das war ein gedehntes A und ich kenn mich aus mit Dehnung ich mach nämlich neuerdings viel Sport das wollte ich noch anstriken ja ja wie heißt das andere Ding? ich nummer das hier ich hab schon die jetzt vorbereitet und nur den Blut aufrein und nur den Blut aufrein das andere Ding heißt Sex aber es guckt noch die hin dazu das was? das leere das leere sex ist besser als picken oh ja das stimmt so und mit dem Slate kannst du jetzt quasi nachgucken wie viel äh gerade sterbender Schwan ah liebe Eltern wir können nichts dafür mit welchen mit welchen den grünen oder mit denen hier? ne das grüne ist zum wachsen das graue ist quasi dafür da wie mach ich das? rechtsklicken 600 LP ok ok und das grüne ist zum auch wann? und du brauchst zum Beispiel bei dem grünen wenn du das aktivierst pro tick 200 LP und deswegen hab ich gesagt als wir uns getroffen haben schmunzlefee dass ich mich voll drauf freue mit dir in der WG ok wie oft tickt das? nein ähm alle zwei Sekunden einmal darum kannst du aber jedesmal wenn du hier klickst ich hasse dich mit dem blauen große Gurke und Wolf hat Buhn gemacht ich hab große Gurke gehört ah wenn du mit dem Orb rechtsklick warte der Sprinkler hat's ge oh fuck Sprinkler mit dem Orb du musst dich auch in der Hand nehmen du musst ja alles in der Hand haben jetzt erschrecklich mit welchem Orb? mit dem welchen hast du mit den Samen? mit den grünen oder was? mhm ok wenn ich damit rechts klicke was dann? dann opferst du 200 Lebenspunkte ach fuck ah ja ok oh muss ich gucken wie nochmal ein Sprinkler ging ok habt ihr eigentlich auch so eure Privathäuser hier rumstehen oder haben das nur die Gäste? nur die Gäste nur die Gäste wir wohnen im Baum genau ja wir wohnen im Baum wir lieben unsere Bäume hinter der Rinde hinter der Rinde ei ei oh ja 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 hinter der Rinde ei 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 wer hat auf mich geschossen? oder so das ist ein Wisp glaub ich was auf dich schießt das ist dieses weiße Ding was hier oben gerade rumfliegt was da rumfliegt? ja da ist die Freiheit wohl Grenze oder sein also die hau ich um alle Maden und Insekten fühlen sich sagt man was mehr? sind darunter verborgen und dann ja ich mach das du Wisp so die sind echt nicht spaßig die Viecher Dirt wir haben 15k Dirt ich kann den nicht ich krieg den nicht verletzt ja Dirt die Wörter die Wörter nimm dies oh er ist pink geworden Dirt ich wünsche viel komm zu meiner Rettung ja ich versuch's zumindest du musst nur nah genug rankommen wo ist er? 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 alles klar der hat mich schon fast zur Hälfte runtergeschossen I make you tot wo ist er denn? wo ist er denn? ein Echo dazu ist echt gut der ist hier der ist hier der ist hier komm komm her ich krieg den nicht verletzt mit der Guckel ja sekunde ich hau dich erst ich hau dich erst mal mit meinem Digger au 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 geh weg oh er ist tot ich bin tot und wieder ein Gast tot ja die Gäste tode häufen sich irgendwann kommt keiner mehr zu Besuch ich geh den Wisp ich geh den Wisp töten also Wisp Meteoriten komm wieder hin er fliegt weg er ist echt den Meteoriten genau wieder eingeschlagen das war so vor drei Wochen glaube ich echt übel das war aber auch verdammt episch der Wisp fliegt weg er will nicht hier bleiben also wenn ich sterbe dann doch bitte durch Meteoriten er muss kommen hey Wisp komm her her nein fuck it er ist zu gut wie tot ja komm zu mir ja komm zu mir ich hab ihn erledigt achso dieses äh Siegel hier hat übrigens noch einen anderen Vorteil wir haben dich gerecht danke das ist super guck mal wenn du ja meine Heldin wenn du das direkt wenn du das direkt etwas anwendest wie zum Beispiel Gras wirkt es wie Bone Meal koste ich auch 200 aber du kannst halt quasi alles Bone Mealen was du möchtest direkt ja bei 200 beim Tick ist aber dass ich dann alles um mich herum ne genau wie viele Punkte kann man haben von diesen LP ok in deinem aktuellen Stand glaube ich 100.000 ok versuch es mal wieder auf eine Million zu bringen ich werde bald aber auch ein System machen was automatisch Dings generiert also das ist gut cool da musst du auch passen wenn ich zwei draufklick ey ja gerade wenn du fast tot bist ich hab's raus also dieses grünen Slick mach ich dann mit dem mit dem Rechtsweg an mit dem Rechtsweg wieder aus ja dieses grüne Ding ja genau wenn es leuchtet ist es an wenn es nicht leuchtet ist es aus cool boah was für eine Technik ja hoho es gibt viel reicht dir das Grundstück so kann ich den Zaun drum rum bauen aber was hast du jetzt hier vor ja kann es machen ich habe es eigentlich rausgefunden äh man muss den Limestone den man sich gebrannt hat quasi den muss man zu Bricks machen nachdem man ihn in der Schüssel zu Limestone gemacht hat oh wie ernst ja wolltest du noch ein bisschen Garten drumrum haben oder was hast du vor hier äh ne ne kein Garten danke nicht für mich also soll ich den Zaun an dein Haus bauen oder wenigstens eine Reihe freilassen äh du kannst den direkt quasi ran bauen wenn du möchtest also direkt hier so ja aber das sieht ja scheiße aus wenn der direkt an deinem Haus ist oder ja ok dann mach einen drumrum bitte ich hab mein mein Siegel oh mein Gott die Borg sind angekommen das sieht aus wie ein ein drumrum dann ist aber total asymmetrisch ich würde dir lieber den ein was ist angekommen ähm was ist asymmetrisch ja dann passt es ja nicht du hast doch ähm ja soll ich ich mach das hier nochmal weg ich muss das eh du hast doch den Blaze gesehen oder du hast doch den Blaze gesehen oder du hast doch den Blaze gesehen oje das ist die Rüstung die du damit machen kannst für deinen Weg einfach so wie du machst und dann mach ich mein mein Grundstück da rein ich muss das eh ersetzen hier ich hab ja jetzt rausgefunden wie es geht dann brauche ich den also ja gut dann brauche ich hier neben noch einen Weg erst da kommt hier ein Weg hin ja mach mal und der Zaun kommt dann mach den Weg mal weg achja der Zaun kommt dann weg weg mach den Weg mal weg da kommt der Zaun drauf mach den Weg doch weg kannst du es ja danach an die andere Seite vergrößern ne genau hör mal stören uns nicht beim singen ja danke Blaze ja ich brauche ne Rott von dir ne Rott? was für ne Rott? Blaze ich brauche deine Rott? ja genau hm 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 ich hab zum Glück noch eine gefunden im System gerade ist mir aufgefallen hat sich also erledigt eine Blaze Rott ach so ne meine hättest du auch nicht gekriegt nicht? ne aber ich auch hm hm hat es versucht mit allen Mitteln 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 ähm mit allen Mitteln mit allen Mitteln nein ha 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 na gut ich brauche mal kurz deinen Billigraub eigentlich ja bitte mein was? ist klar das hättest du mir gar nicht dein Billigraub also die rote Variante also ich sag jetzt mal weil ich was sonst nicht craften kann würde ich mich nicht popper ja ja ist klar hast du keine eigenen roten mehr oder was? ne diesen roten hab ich hast du gerade Puppe gesagt? danke äh hast du Puppe gehört? ja denn wird es wohl so gewesen sein ey Püppchen dir gleich Puppe alter äh ich hab grad Zaun falsch gebraucht ey so alt bin ich auch wieder nicht ja dann sag nicht solche Sachen die man gesagt hat als ich sechs war Puppe du bist älter als sechs? ähm verdammt hab ich schon raten hier bitteschön dankeschön brauche ich nicht falle scheiß äh